Leute, was geht? Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Mario Kart angesagt. Wir haben gerade eben schon für die Jungs normale Folgen aufgenommen. Die Reihenfolge ist Carsten, Uwe, Mickey, Kevin, Solution. Und wir haben uns überlegt, dass wir einmal in der Woche dann endlich mal einen Team Cup machen. Das heißt, 3 gegen 3, was sich gewünscht wurde. Das ist heute der Fall hier bei mir. Das heißt, schaut gerne für die normalen Folgen bei den Jungs vorbei. Hier fahren jetzt auch Uwe. Und Danny mit normalen Karts, damit es fair bleibt. Die Teams haben wir schon ausgelost oder schon besprochen. Es fahren im Team Uwe, Mickey und Kevin. Und in dem Team, in dem ich mich befinde, fährt Danny, Carsten und ich. Ich hoffe, dass Danny auf jeden Fall einen riesengroßen Rucksack heute auf hat. Was setzen wir ein, Jungs? Pro Kopf vielleicht 5 Euro? Pro Kopf Fuffi. Was? Pro Kopf Fuffi fände ich krank. Ja, okay. Das ist ein guter Titel. Pro Kopf ein Fuffi, das ist die 300 Euro. Und ich will auch nicht meinen Fuffi von Uwe haben, dass ich wieder frei bin. Danny, wir müssen auch erst mal gewinnen. Also das Team, was du dir zusammengestellt hast, ist das Beste, sag ich mal. Team Beschuss ist ein. Also ihr könnt euch gegenseitig mit Grün und so ficken, mit Bomben. Aber wenn ihr eine Rote schmeißt, dann fliegt die Rote an eurem Team-Mail vorbei. Okay. Außer er ist direkt vor euch. Okay. Das Format kennen ja noch die meisten von den ganzen Turnieren, würde ich jetzt mal behaupten, die vor einem Jahr war. Wir reden auch nicht pro Rundern-Fuffi, sondern den kompletten Cup, right? Kompletter Cup, ja. Also pro einzelnes Rennen dachte ich jetzt. Was? Ja, okay. Team Blau ist gut bei vorne, gerade Männer. Boxt Danny erstmal kurz weg. Schön, 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 schön. Uwe, ich boxe hier im Streetfight Cup. Scheiße, ich bin gegen den Baum gefahren. Was ist denn da, Kevin? Oh mein Gott, Uwe, Digga. Münzen, wichtig, Chat. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich hab den Runden, Bruder. Ich hab den Back, ich hab den Back. Ich halte den Sechsten, ich halte den Sechsten solid. Oh nein, gegen Wank gefahren. Ich hab den Fettfingern, ich hab den Fettfingern. Wir sind Erster, Zweiter, Dritter, Jungs. Oh, die Mädels, guck mal, wie sie ihre Roten haben. Wenn die einmal Blitz haben, wisst du es auch gut. Ja, Uwe ist hier. Ich hab Uwe weggeschossen. Nice, Carsten. Schön, Danny. Gut, es ist ganz stark. Mentality oben halten, Mentality oben halten. Scheiße, scheiße, die fahren weit vorne, Freunde. Sascha, kannst du mich vielleicht vorlassen? Ich hab ne Tröse, Sascha. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, mit Absicht, hab ich gesehen, war nice, nice. Ja, mit Absicht. Okay, ich zieh mal hier vorbei, schön. Oh, ich hab den. Ey, Carsten. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ich tank dich, ich tank dich, ich tank dich. Ja, ich kann die attackieren. Ja, ich komme, ich bin da. Ich tank dich, Carsten, äh, Danny. Okay, also ich hab hier guten Vorsprung und ich hab ne Banane am Arsch und ne Tröte. Das ist big, das ist big, das ist big. Ich hab 10 Münzen auch, ich bin rich, das fuck. Warte, mir geht's. Nein, ich hab aus den grünen geschossen, warum? Carsten, mach du nur ein bisschen Lärm hin, mach du nur ein bisschen Lärm da. Mach ein bisschen Dampf. Ja, ich mach ein bisschen Lärm auf dem sechsten. Ja, ich hab Carsten, richtig. Schön, 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 schön. Ich hab nen Pilz und ne Rote. Carsten macht, nice. Hey. Uwe, du verdammter. Mach Dampf, krank. Carsten, kämpf. Das könnte big sein. Die erste Runde könnte schon gameturn sein. Ich könnte mich ficken jetzt. Okay, ich dachte, das war Carsten, ne? Aua, ja, ja, ich frage mich. Oh, gut. Nee, nee, wir tanken, Danny, wir tanken, Danny. Wir tanken. Ich hab zwei Rote. Carsten, noch einen Punkt. Carsten, noch mal einen Platz gut machen. Wir krass von dir. Einen Platz nur. Nein, ein Boomerang hat mich getetet. Ja, sehr gut. Micky, komm, nimm ihn auseinander. Könnt ihr vorne noch irgendwas holen? Ich hab Micky noch mit der Roten getroffen. Oh, ich zieh noch an Sascha vorbei, wenn alles klappt. Nein, 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 ich hab den noch nie. Ich hab den noch, oh mein Gott, wer war ich? Ich hab noch zwei Plätze in dem Hügel gemacht. Auch den vierten Platz, der kauft den Merch. Und den vierten Platz, der kauft den Merch. Ich hab das alles aber weggeschossen, Digga. Selber weggeschossen. Guck mal, Uwe an die Käpte mit einem Punkt, der erraten. Sehr, sehr strong, auch spannend. War richtig spannend. Ich hab so gewartet mit der Tröte an der Linie, um dich noch zu retten, Sascha. Richtig. Ja, ja, ja. Bei der Streamerin, die wir vorhin geschaut haben, hat einer gefragt, kommt heute noch was anderes außer Ausschnitt? Wann? Nein. Geil. Ja, für die Leute daheim, Chaos hat ein bisschen Auge geworfen. Nein, 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 nein. Wie geil. Sascha hat die uns gezeigt. Nee. Er ist ein länger Call gewesen. Ja, ja. Nee, 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 nee. Damit kommst du nicht weg. Ich bin Zweiter, Jungs. Ich bin Fünfter. Ja, ja. Jetzt bin ich wieder da, Uwe. Jetzt spiel ich wieder mit dem richtigen Controller. Er hat Danny überholt, weil er zu langsam ist. Er ist einfach schlecht. Schön, Uwe. Schön, Uwe. Halte da vorne. Ich bin im dritten. Pass auf. Oh, wir machen Quatsch, Carsten. Wir machen Quatsch. Ja, er kommt immer durch die Flair der Mäuse durch. Uwe, hä? Ich krieg nichts zu attackieren. Ich bin runtergefallen, weil ich dumm bin. Sonderschüler. Oho, ihr seid beide runtergefallen. Ihr seid beide runtergefallen. Uwe, ich bin dir so unterhergefallen. Ja, weil ich dein Vorbild bin, Alter. Ja, deswegen auch Glatze nachgemacht, weißt du? Ja, genau. Ey, 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 ey. Ey, Männer, ich komme mit dem Hüfe voll. Richtig. Ich. Boah, Micky, Digga, ist alles okay mit einer Stimme. Junge, bei Micky ist komplett bereit. Richtig. Richtig. Einfach auf Montag. Der Tag ist streaming. Flashback zu Bosser gehabt, auch beim Casino-Event. Ja, schade. Keiner lacht, Sascha hatten einen Witz. Nein, Junge. Es war Realtalk, Mann. Alter, Kevin, halt dein Maul bei dir lachen. Nur du selbst, Alter. Und du lachst halt so krank, dass es reicht für dich. Ey, ey, ey. Ich krieg nur Pilze. Nichts zum Attackieren. Ich krieg nur Pilze, das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist auch du jetzt so persönlich direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Stein, Digga. Perfekt auf dem sechsten, Digga, top. Ey, Junge. Oh, so gesteilt, Mann. Habe ich eine Anzeige bunt? Ey, Cars, Ken. Kevin, reiß dich zusammen, komm. Mach ich, mach ich, mach ich, mach. Ey, Cars. Bro, warum fährst du meine grüne? Ach so, ich habe gedacht, du hast die geschossen, sorry. Jungs, denkt an Münzen, denkt an Münzen. Jungs, ich fahre einen Blitz. Hast du einen Blitz? Nee, ich krieg einen Pilz. Ey, das ist vorbei. Das ist ein Witz. Ich hatte nur Pilze in dem Rennen. Nur. Ich will die Cars noch später bekommen. Obe, wenn ich die hier swipen, wäre gut. Fahrtwind auf, korrekt. Oh, okay. Okay, wenn hier, gönnt ihr. Oh, du kleiner Hund, Alter. Ey, das ist ein Witz. Das Game ist ein Witz. Jungs, ich kann nichts machen. Mein Pilz wird dir klaut. Ich kann das nicht. Oh, Cars, ich verpiss dich wieder grün. Oh mein Gott. Nein. Ich bin der Erster, Jungs. Oh, ist der Nuschen? Oh, ist der Nuschen? Oh, ist der Nuschen? Nein, warte. Bro, wie lange ging das noch? Oh mein Gott. Ein Witz, ein Witz. Ein Witz. Kann man nichts machen. Ihr habt es gesehen. Oh, schön. Gemix, gemix. Danny hat uns im Wucksack. Oh, vier Punkte nur noch. Schade. Oh, die Strecke. Ey, ich kann es nicht. Drittes Rennen. Jetzt nochmal Big Punkte für Team Blau. Wäre wichtig. Schönere Fälle auch. Wollen sie jetzt ausbauen oder hast du das Ding durch? Ja, 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 ja. Glaube ich. Außer die werden nächste Runde dann Erster, Zweiter, Dritte. Ey, meine Bude sind 30 Grad. Weil die Park gerade Micky haben im Team wichtig. Ich freue mich jetzt noch auf den Back-to-Back in Fortnite. Ja, Micky. Musst du gerade zwei machen, Cars. Ja, ich hab Panzer am Arsch. Und eine Dreier-Win-Streak ist da eher unwahrscheinlich, Solo. Das Ding ist durch. Das ist schwer. Aber krank, dass das durchzieht, Digga. Ey, Mann, Danny! Bastian, was ist das? Das ist voll gegen den LKW-Schutz, Digga. Kasten, Feuer, Kasten, Feuer. Bitte, Feuer, Kasten. Oh nein! Ich fahr halt richtig beschissen. Ich fahr halt richtig beschissen. Oh, Bruder, nein. Du darfst nicht so rüberziehen, dass ich halt dann reinfahre. Das war mein Fehler. Hebe ich die Hand. Die wusste mir. Wie so ein Hund, LKW. Ja, Uwe, hast du einen Töter, ja? Uwe, fühlst du dir sicher? Ich bin mir richtig sicher, wie auf Stoff, Digga. Hey, Micky! Schön, schön! Micky, so stark! So stark, Micky! Ich muss zwei überholen. Strong! Nee, 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 nee. Meine Laune heute ist direkt im Keller. Meine Laune ist so im Keller. Das ist wirklich gestört. Das ist ehrlich gestört. Das hab ich ja im Leben noch nie gesehen. Ich habe Carsten alle Geschenke lowkey weggenommen, das heißt unterschwellig. Deine Mutter habe ich letztens unterschwellig angebaggert in der Disco, Alter. Oha, Alter. So eine für einen blauen wäre wichtig. Oh, Micky, nein! Oh, Micky, du hast mir gerade so die Banane reingedrückt. Aber ich habe sie reingedrückt, du bist endlich reingefahren. Ich habe nur drei Münzen. Jungs, ihr müsst das irgendwie noch holen hier. Ich halte den zweiten sehr solide, aber... Jajaja, was soll ich machen, wenn du bei der Strecke gefühlt einmal hinten bist? Eine Rakete! Ich habe einen blauen, ich habe einen blauen! Oh! Uwe hat dich nicht gehört, Bro. Die ist für mich! Kevin ist ja gar nicht in meinem Team, oh mein Gott! Ich dachte, die geht auf mich. Geil, schönes Ding, Kevin. Ich habe nichts gesagt. Oh, Jungs, komm! Nein, da sind zu viele blauen! Nein, 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 nein! Wir haben zwei, drei, vier, Jungs! Wir haben zwei, drei, vier! Tief, nein! Wir haben zwei, drei, vier! Kevin und Micky, fährt auf! Jawoll, Jungs! Micky hat fünf Punkte, der Nutzlose. Es ist ja geisteskrankt. Wir haben vier Abstand, wir verlieren. Jungs, wir können es nur verlieren. Wir können es nur verlieren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Fokus jetzt, Fokus! Ihr werdet es auch verlieren. Das Gute ist aber, dass die Micky haben. Das dürfen wir nie vergessen. Die haben Micky. Das heißt, es wird dir fast unmöglich zu verlieren. Es ist fast unmöglich. Abfahrt! Geile letzte Map, let's go! Okay. Das ist ein geiles Session heute. Geiles Session, feier ich, fühle ich. Ey, das mit dem Turnier als Finale ist so eine Krankheit. So krank, ey. Man redet auch ganz viel so viel über Random Stuff. Es geht nur noch um das Rennen. Letztes Rennen in diesem Cup. Nächste Woche machen wir genau dasselbe. Ich weiß noch nicht bei wem. Fuffi pro Kopf, Team Blow ganz knapp vorne. Es ist noch alles möglich. Let's go! Komm, jetzt go. Ja, rein da, rein da. Wir können auch nächste Woche von mir aus 6 Rennen machen gerne. 6 Rennen im Team Cup. Können wir vielleicht auch mal für ein bisschen mehr Spannung, oder? Was meint ihr? Ja. Schreibt es in die Kommentare, auf welchen Algorithmus so ein Ding ist das? Wir machen gerne den. Euer Lieblingsgemüse bei Sascha reinschneiden. Lieblingsgetränk. Lieblingsgetränk im Sommer. Nein, ich bin runtergefallen, Scheiße. Vitamin. 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 Und es ist kein Eis. Es ist ein Energiegetränk. Energiegetränk. So. Extra für Carsten. Vielleicht hast du Schwankos. Vitamin. Vitamin. Vitamin, oder? Ja, ja. Komm schon. Scheiße, oder? Ich liebe einfach Kevin, Digga. Ohne Scheiß mit dir würde ich mal gerne rummachen, Alter. Ah, ja. Okay, Karsten. Aber erstmal antanzen, glaub ich. Lass mal kurz vorbei, ich hab... Ey, Mann! Ey, wer auch immer mir grad die Rote reingejagt hat. Ich, ich, ich. Einen Hund. Kuss. Kuss, 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 kuss. Steady, wenn du mich vorlesst, kann ich ihn attackieren? Vorlesen? Wenn der Roten kannst du einfach durchfahren. Komm, vorher durch, vorher durch. Ach so, stimmt, hast du ja erklärt. Feuer durch den Bombs. Schön, schön, schön. Netzkonzentration. Konzentration, Jungs. Er nie weiß. Ja, ich hab hier mehr ersten, Jungs. Weil ich der beste in den Team-Kenten bin immer. Mit mir gibt's immer gar nix. Vergesst das niemals. Karsten, du bist ein Psychopath. Karsten, sag doch welches Geschenk du nimmst. Mann. Ey, ich kann mit... Er haut den Boomerang nach hinten. Er nimmt random ein Geschenk. Ich bin hinter ihm. Ey, Mann. This is over. This is over. Jungs, vergesst das niemals. Bei mir gibt's immer earnings als Käpt'n. Boah, ich zieh gerade ordentlich vorbei hier. Jungs, wo seid ihr? Ja, ich bin auf sechs. Ich bin auf sechs. Ja, ich bin... Ich bin... Ah, dumm. Ich mach Fehler. Ich bin ein Amateur. Ich bin so... Guck mal, wie ich fahr. Wie so ne... Nein, 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 nein. Das war's. Das war's. Ja, ich glaub auch so. Sag dir gut Schuss. Sag dir gut Schuss. Ja. Ja, das war nicht. Ich tänke alles. Wenn die Rote haben, ich tänke die Boys. Ich komm, ich hab ne Rakete. Ich hab den ersten, weil ich der bessere Fahrer bin. Die bessere Team-Kenten. Ja, es ist nochmal zehn zusammenbeißen. Zähle zusammenbeißen. Jetzt nochmal Pilze. Pilze, Pilze. Vorsicht, Rakete. Das Ding ist durch. Jawollo. Cut gegen das SR Team 6er. Ja, die haben zwei Raketen, Jungs, egal. Die haben zwei Raketen. Die haben zwei Raketen. Eins, zwei, sechs. Chat, ich konnte nichts... Ey, ey, Zuschauerin, ich konnte nichts machen. Trotzdem GG's. Micky, wirklich starke Performance für Team Rot. Das Ding ist vorbei. Oh, warte. Danny hat es auch. Danny, danke für den Rucksack. Falls ihr Team gefördert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war das Teamrennen. Das machen wir nächste Woche nochmal. Das ist jetzt etabliert. Bei einem jeweils. Checkt die Jungs gerne ab. Passt auf euch auf. Schönen Sonntag. Haut rein. Tschüss. So, schön. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. BR 2018